Oh? Tschüss! Ah! I love the other one. I love the other one. Oh, God. I love the other one. It's all the other. kamikaze, ey. ich bin heidelberg hier gar nicht mehr gewohnt aber überhaupt nett und schöne gefärbte gläser drin. mir sieht gerade alles trocken aus. das ist mir auch schwer einzuschätzen wo es hier gerade nass wird ich glaube ich bremste gerade mehr als ich fahre. ey der ballert einfach durch was ist los mit der kamikaze alter? bei mir ist komplett blockade noch. ich weiß nicht ich habe die roten gläser. bei mir sieht alles sonnig aus. deswegen sehe ich nicht genau wo matsch ist. ich weiß nicht wann ich das letzte mal hier königsstuhl gefahren bin. das ist halt so verblockt. wenn du da einen bikepark die ganze zeit warst und da halt keine steine wirklich sind sondern eher so. ist voll ungewohnt. glaub ich dir. scheiße ey. gerade gedacht ich fahre zum ersten mal ist ja nur die erste fahrt. ja ich glaube auch. dann kommst du wieder rein. ja ich habe auch ein durchsichtiges glas noch dabei falls das mit dem hier nichts fehlt. ich kann das wirklich nicht einschätzen. für mich sieht das gerade alles so trocken aus. ich kann nicht einschätzen wie nass es ist. okay. Untertitelung des ZDF, 2020 welche willst du denn fahren? ich würde auch sagen rechts, ich brauche jetzt nicht das komplette geboller das reicht mir jetzt für das erste schon wieder am Anfang muss es nicht sein für dich jetzt wieder rein zu kommen ist nicht gesund ja wir können ich hab's immer noch an, legal geil ich bremse so hart ab in Anliegern oder vor Anliegern, das ist unglaublich hier weiter oder? hier weiter oder vorne runter? das steile Stück aber wir können auch vorne ja besser hier ich merke in den Anliegern ziehst du mir voll weg ich bremse vor Anliegern so viel ab immer das ist ich hab's gelernt im Bikepark aber hab ich auch gedacht ich hasse die Dinger immer noch ich glaub das Problem ist auch, dass ich die Bremse oft nicht schleifen lasse und dann zumach du hast halt so bei mir auf dem Trail, das muss ich auch noch hinkriegen das ist so das Hauptproblem glaub die zwei Hauptprobleme drauf achten vor den Anliegern, wenn überhaupt ja ja ich weiß, mach ich ja mach ich ja, aber ich tippe die auch nicht mach ich mal so dann aber hier kann ich rollen lassen schöne Abkühlung danke alles gut, danke 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 brr 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 danke danke alles gut, danke Richtung Maschinenraum, oder? Maschinenraum da gehen auch Treppen runter bitteschön bitteschön wir fahren hier nicht richtig wir fahren hier langsam das ist mir schon klar, weil wir nur auf den Ding müssen überall alles abgeholzt was ist denn los mit dem vorhin heizter auf der Falknerei rum und hier kackt er sich ein was ist denn was ist denn los? hier ist alles platt und du schleifst da rum das sieht nach nem trail aus ja der geht auch in die richtung ok können wir mal gucken wohin dich hier besser als hier das blöde Ding noch runter fahren hinten kratzt wieder ich weiß nicht mal warum immer wenn wir hier fahren die ganze zeit die ganze zeit war gar nix nach hinten war auch nix ja die bremst aber die macht krr 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 die faucht so die faucht wie so ein wie ein raubtier faucht die dich an die sind schon länger drauf ne die sind schon länger drauf aber es hat die schon öfter gemacht und dann war es wieder weg ich weiß nicht es ist aber nur hier Königsstuhl glaub ich brems zu viel hinten glaub äh ich weiß nicht ich kenn einen der hier rein ging aber ich weiß nicht ob das der hier war das war weiter oben der ne dann kenn ich den hier nicht da ist Ding eine Kurve hier ist irgendwo ein Druck da ist eine Kurve wo du so rein gehst und wenn du nach links abblickst da ist ein Kicker wo du drüber wie ein kleiner Double aber der ist klein also den kriegst du ohne Problem hin ja ich zeig dir einfach ja ich glaube es ist einfach wenn du vorfährst ok Kamera ist an ja 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 guck und da hinten wollten die weitermachen ja ah ich seh schon der Double da musst du ja aber da kannst du ja laufen lassen ja das sieht gut aus den kannst du ja von hier oben aus schon durchlaufen lassen wenn es fertig ist ja 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 da kommt wieder eine Pfütze für dich oh ich hab gedacht der fährt außen rum da fährst du echt oben oh da fahr ich immer unten an dem Stück wo du eben oben warst da wo du eben oben lang gefahren bist fahr ich immer unten da wo du eben oben lang gefahren bist fahr ich immer unten ich weiß nicht warum oh ok ja und davor wo dieser Stein kommt fahr ich auch unten weil ich da schon öfter hängen geblieben bin da fahr ich lieber immer ich nehme den Stein als Anti-Geist da kipp mich schon raus wieder ja das steht ganz schön ausgewaschen geworden hier im Gegensatz zum letzten mal alter das ist ja ordentlich ausgewaschen aber letztes mal wo ich gefahren bin war da überall so lockerer Boden wo du schon hin und her gleiten konntest ok und jetzt ist einfach alles ausgewaschen also rechts rechts und dann nach dem ersten abschnitt links also wenn wir auf dem Waldweg sind ok da ja da ja 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 ganz schön slippery das geht eigentlich sehr gut frisches Wasser ich war mir nicht sicher wie rutschig es ist, aber die waren gut die war eigentlich sehr gut, ich habe sie nasser eingeschätzt ok, war ich mir jetzt nicht sicher mit dem bach hier drin ob der mich runter zieht und den speed wegnimmt es wird aber gehen glaube ich scheinbar auch schon einer drüber los step up wollte ich nehmen, da ist aber auch so ein leichter bach durch geflossen da war ich mir nicht sicher ob der tief ist und mir den speed weg zieht achso stimmt da geht ja hier was rein ok warte ja 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 das leuchtet überall runter das wasser jetzt mit dem ganzen regen ja 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 jetzt fährt auch noch Abkürzung ja 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 das andere Färsche glaube ich haben wir überholt ich habe es gesehen ja ich habe mir gedacht warum fährt der jetzt Abkürzung dann bin ich einfach auch gewartet dann habe ich gesehen wo die rausgekommen sind was da welche sind ok